Da gibt es tolle Spezialisten in ganz verschiedenen Referaten, die alle sehr viel Wissen haben in ihrem einzelnen Gebiet, aber wo es dann schwierig wird, einfach dieses Wissen miteinander zu verknüpfen und diese Brücken zu schlagen zwischen diesen verschiedenen Referaten und verschiedenen Fachkompetenzen. Die Idee ist nun, eine Kompetenz hier zu schaffen und Leute auszubilden, die eben genau in der Lage sind, diese Brücken zu schlagen und letztendlich Projekte aufzusetzen, die Leute reinzuholen. Aber sie sind nicht nur aufzusetzen, sondern mit Managementkompetenz und Leadershipqualität dann diese Projekte auch durchzuführen und sie zum Erfolg zu bringen. In Anbetracht der globalen Herausforderungen in Richtung Klimawandel und Migrationsbewegungen und natürlich ganz vieler sozialer Ungerechtigkeit, die eben sich gerade auch in Städten manifestiert, ist das die Kompetenz, die wir glauben, die es braucht. Ich glaube, Smart City ist nicht vorrangig ein technisches Thema, sondern ist ein Thema, was im Grunde im Denken und im Kopf anfängt und in der Bereitschaft eben über Grenzen hinweg auch zu denken. Und das wiederum passiert von zwei Seiten, sowohl von oben, natürlich, dass die, dass von der, von Bürgermeistern über dem oberen Management in Kommunen was passieren muss und dort muss man ansetzen, um das Bewusstsein zu schaffen. Es muss aber natürlich auch von unten passieren in der Verwaltung, dass möglicherweise eben andere Strukturen im Laufe der Zeit entstehen, die jetzt sich nicht mehr in diesen Referaten und in diesen verschiedenen Kästchen eben ausdrücken, sondern es muss dann auch tatsächlich in Verwaltungsstrukturen sich darstellen, dass es eben tatsächlich eher eine, vielleicht eine projektorientierte Denkweise etabliert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.